Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video wieder mal ein neues Werkzeug, ein neues Tool. Und zwar habe ich mir einen neuen Laser gegönnt, einen Entfernungsmesser. Und zwar ist das der RZ-AS50. Dies ist ein digitaler Entfernungsmesser, der auf Laserbasis arbeitet, mit einer Reichweite von ca. 100 Metern. Dieses Gerät habe ich mir als Ergänzung für meine anderen Geräte gekauft. Ich benutze eigentlich in der Regel hier diese Bosch Geräte. Allerdings haben die einen Nachteil. Die sind sehr teuer und haben sehr wenige Funktionen. Das Lasertool hier liegt preislich in etwa zwischen 60 bis 70 Euro. Liegt also in etwa in der Preiskategorie des PLR15, kann aber um Längen mehr als der PLR15. Vor allen Dingen die Reichweite ist für mich wichtig und der unwahrscheinlich große Funktionsumfang. Wir wollen uns einfach mal das Tool näher anschauen. Schauen wir uns ja mal den Lieferumfang des Gerätes an. Wir haben das Gerät in der Verpackung, zusätzlich die benötigten Batterien, eine Tragetasche, ein USB-Kabel, eine Handschlaufe, eine Laserkarte. Das ist eine Karte, eine PVC-Karte, die euch ermöglicht, den Laser auf größere Distanz zu verwenden oder auf reflektierenden Oberflächen. Eine Bedienungsanleitung sowie die benötigte Software für den PC. Das ist auch eine Besonderheit dieses Lasers. Er hat ein Programm für den PC. So könnt ihr eure Daten, die ihr hiermit gesammelt habt, direkt an den PC übertragen. Schauen wir uns das Tool näher an. Das Tool ist sehr einfach aufgebaut. Wir haben ein handkompaktes Gerät. Auf der Frontseite haben wir hier oben ein Display. Ein- und ausgeschaltet wird das Gerät hier oben mit dem Messbutton und ausgeschaltet hier unten mit dem runden Button. Wir drücken einmal kurz den Messbutton und schon ist das Gerät betriebsbereit. Auf der Front des Gerätes haben wir noch viele Bedientasten. Ich kann sie euch mal schnell erläutern. Wir haben hier oben den Button zum Auslösen der Messung. Wir haben eine Plus- sowie eine Minustaste. Diese brauchen wir zur Navigation im Menü oder um Einstellungen vorzunehmen. Wir haben eine Volumenberechnungstaste. Diese Taste wird zum Umschalten der Volumenberechnung oder Flächenberechnung verwendet. Hier unten diese Taste ist eigentlich mit die wichtigste Taste. Mit dieser Taste können wir einstellen, von welcher Position aus der Laser misst. Durch drücken der Taste sehen wir hier oben, wie der Pfeil sich verändert. Der Pfeil kann vier Positionen annehmen. Zum Ersten wäre die Vorderkante des Gerätes. Das heißt, wir konnten von der Vorderkante des Gerätes messen. Zum Zweiten hätten wir unseren Stativgewinderanschluss. Zu dem komme ich nachher noch. Also können wir vom Stativgewinderanschluss aus messen. Zum Dritten hätten wir hier unten die untere rechte Ecke des Gerätes. Es ist wichtig euch zu merken, ihr müsst immer von der unteren rechten Ecke des Gerätes aus messen. Nicht von der linken Ecke, sondern von der rechten Ecke. Und dann haben wir als letztes noch eine Erweiterung. Dies ist auch eine schöne Spielerei an diesem Gerät. Wir können hier unten ein tiefen Maß ausklappen. Das heißt, hiermit können wir mit dem Gerät auch noch in irgendwelche Gegenstände oder Löcher oder Bohrungen eindringen und von dort aus messen. Das haben auch nicht sehr viele Messgeräte. Ist eine sehr schöne Spielerei. Nutze ich auch sehr gerne. Ich stelle sie wieder auf Standard um und zwar hier unten auf die rechte Ecke. Dann haben wir die Menütaste. Diese benötigen wir zum Einstellen. Hier haben wir eine weitere Einstelltaste für diverse Messmethoden. Mit dieser Taste hier drüben können wir eine Winkel- oder Dreiecksberechnung durchführen. Das heißt, wir können mit verschiedenen Messmethoden ermitteln, wie lang diverse Schenkel von Dreiecken sind. Wir können Winkel ermitteln und wir können dann auch dementsprechend das Volumen eines Dreiecks ermitteln. Das werden wir nachher aber nochmal testen. Dann haben wir auch noch eine wichtige Taste. Das ist hier unten diese Speichertaste. Das heißt, wir können ermittelte Ergebnisse festhalten und in einem internen Speicher des Gerätes schreiben, sodass wir es später am Rechner auslesen können. Kommen wir zur Seite des Gerätes. Auf der rechten Seite haben wir den Anschlusspunkt für die Handschlaufe. Auf der linken Seite des Gerätes sehen wir eigentlich nur den USB-Anschluss. Dieser ist unter einer spritzwassergeschützten Abdeckung. Das heißt, wir müssen etwas fummeln und kommen so an unseren Standard-USB-Anschluss. Dieser kann mit jedem Standard-Smartphone-Kabel an dem Computer angeschlossen werden. Das ist aber auch ein Kabel mit im Lieferumfang. Die Unterseite habe ich euch vorhin schon mal gezeigt. Wir haben hier noch diese Messverlängerung. Damit können wir in tiefere Sphären vordringen. Das heißt, in Löcher eintauchen und von dort aus messen. Auf der Hinterseite haben wir das Batteriefach. Ich öffne es einfach mal. Ich habe schon drei Batterien eingelegt. Hier können drei AAA-Batterien für den Betrieb eingelegt werden. Dann haben wir als nächstes hier oben das Stativgewinde. Ein metallisches Stativgewinde, also sehr robust. Hier könnt ihr euren Lasermesser oder euer Laserentfernungsgerät auf ein Stativ montieren. Das ist wichtig, wenn ihr Messungen über 30 Meter durchführen wollt. Da wackelt ihr zu sehr. Wir sehen dann, da wackelt hier dieser Laserpunkt so stark umher, dass wir nicht mehr messen können. Das seid ihr auf ein Stativ angewiesen. Auf der Vorderseite haben wir den Laser an sich. Dieser ist nur aktiv, wenn eine Messung läuft. Jetzt habe ich nämlich gerade eine Messung aktiviert. Und den Empfänger, der dann schlussendlich misst, auf welche Entfernungen wir gemessen haben. Bevor wir natürlich mit diesem Laser jetzt arbeiten können, wäre es sinnvoll, vor dem Betriebnahme mal das Menü aufzurufen. Das machen wir einfach mal. Und wir schauen uns das Menü schnell mal an. Im ersten Menüpunkt finden wir die Ausschaltzeit der Hintergrundbeleuchtung. Diese würde ich nicht arg so lang einstellen. Das schont eure Batterien. Original sind 15 Sekunden eingestellt. Unser zweiter Menüpunkt zeigt uns die maximale Messtauer, die der Laser aktiv bleibt. Diese habe ich auf 120 Sekunden eingestellt, das heißt zwei Minuten. Das ist auf jeden Fall mehr als ausreichend. Wer seine Batterien schonen will, stellt hier natürlich eine kleinere Messzeit ein. Die gesamte Ausschaltzeit bei Nichtbenutzung beträgt hier im Originalzustand 300 Sekunden. Das könnt ihr natürlich auch hoch und runter regeln. Dann können wir einschalten, ob das Gerät Töne von sich gibt. Diese habe ich im Moment eingeschaltet. Wenn ihr natürlich irgendwo etwas leiser arbeiten wollt, schaltet ihr diese Töne einfach aus. In diesem Punkt können wir einstellen, in welcher Region wir dieses Messgerät verwenden. Oder mehr zu sagen, in welcher Maßeinheit wir arbeiten möchten. Ich spiele euch einfach mal die Varianten durch, die uns zur Verfügung steht. Wir haben hier Meter, wir haben Inch, wir haben eigentlich die gängigen Einheiten, die wir alle benötigen. Und hier könnt ihr die dementsprechende Einheit einstellen. Ich befinde mich hier in Deutschland, Europa, also nämlich das metrische System. Im nächsten Punkt können wir einstellen, ob die Winkelmessung in Form eines Winkels, also in Grad erfolgt oder in Prozent. Ich ändere das jetzt hier einfach mal. Hier können wir dann den Winkel in Prozent anzeigen lassen. Somit haben wir zwei Möglichkeiten zur Wahl, Winkel oder Prozentanzeige. Der letzte Punkt gibt uns die Möglichkeit, das Messgerät nochmal komplett neu zu kalibrieren. Stellen wir fest, dass das Messgerät in irgendeiner Form eine Ungenauigkeit aufweist, können wir diese hier auskalibrieren und dementsprechend die Maße erhöhen oder verringern, bis natürlich alles wieder stimmt. So, und damit haben wir das Menü abgeschlossen und sind wieder im Standard-Mess-Modus. Was ist beim Standard-Mess-Modus zu beachten? Ganz einfach, die Messung wird ausgeführt, indem wir hier oben diesen Mess-Button betätigen. So schalten wir den Laser ein und wir betätigen nochmal. Und somit bestätigen wir die Messung und haben unser Maß erhalten. Wollen wir dieses Maß löschen, drücken wir ganz kurz hier unten die Lösch-Taste und unser Maß ist gelöscht. Wollen wir unsere Maße für später behalten, das heißt sie komfortabel am Rechner auslesen, ermitteln wir die Maße. Haben wir ein dementsprechendes Maß ermittelt, drücken wir die Disketten-Taste, halten diese fest, bis auf der Oberseite uns eine Speicherposition angezeigt wird. Diesen Schritt können wir beliebig wiederholen. So können wir alle unsere Maße komfortabel abspeichern und später am Rechner auslesen. Als nächstes möchte ich euch mal zeigen, wie ihr eine Fläche berechnen oder messen könnt. Dafür nehmen wir hier drüben dieses Symbol, drücken einmal drauf und jetzt sehen wir hier eindeutig, dass wir eine Fläche berechnen wollen. Wir haben hier zwei Maße, die wir im Vorfeld abmessen müssen. Dazu gehe ich einfach mal an einen Schrank, ziehe eine Schublade auf und wir versuchen hier mal die Fläche zu berechnen. Das heißt, ich messe jede einzelne Seite. Wir müssen hier zwei Seiten messen. Wir haben hier zwei Maße. Haben wir die Maße ermittelt, ermittelt das Gerät automatisch die Fläche. Würde ich das jetzt hier mit einem Gliedermaßstab wiederholen, könnte ich bei weitem nicht so genau messen, wie das Lasergerät und käme dann per Standard rechnen auf dieses Maß. Wir sehen hier eine gewisse Differenz. Das liegt daran, dass der Laser doch deutlich genauer misst, als wenn ich hier mit einem einfachen Gliedermaßstab messen würde. Bei nochmaligem Betätigen der Taste kommen wir in das Volumenmenü. Das Volumenmenü heißt, wir können jetzt hier ein Volumen ausrechnen. Das heißt, möchtet ihr einen Rauminhalt berechnen, geht ihr nun folgendermaßen vor. Wir begeben uns einfach an eine dementsprechende Stelle, zum Beispiel einen Raum und messen unsere drei Maße ein. Das wäre Höhe, Länge und Tiefe. Haben wir dieses ermittelt, wird automatisch das komplette Volumen danach errechnet und wird in der unteren Skala angezeigt. Haben wir während des Messens einen Fehler gemacht, zum Beispiel das zweite Maß wäre jetzt falsch und wir wollten es wieder löschen, können wir hier mit dieser Löschtaste arbeiten und können so rückwärtig die Maße löschen und können dann dementsprechend weiterarbeiten. Mit dem Laserdistanz-Messgerät können wir natürlich auch Flächen berechnen. Das heißt, ich will jetzt hier diese Fläche pflastern und möchte eine dementsprechende Menge an Pflaster bestellen. Dafür brauche ich natürlich die Quadratmeter. Diese kann ich hier sehr einfach ermitteln. Dazu begebe ich mich an die messbare Fläche Nummer 1. Das heißt, ich lege mein Tool an. Ich achte auch darauf, dass ich hier unten die Kante als Bezugskante eingegeben habe und bestätige das erste Maß. Das zweite Maß ermesse ich ähnlich. Das heißt, wir suchen uns die zweite zu messende Strecke, legen unser Messgerät hier hinten an und bestätigen auch hier unser Maß. Wir sehen nun auf unserem Gerät unsere beiden gemessenen Strecken und hier unten das ausgerechnete Ergebnis. Auch eine sehr schöne Funktion ist hier drüben die Winkelfunktion. Fangen wir erstmal mit der Funktion an, die mir am liebsten ist. Wir halten diese Taste einfach mal sehr lange gedrückt und schon haben wir eine komplett funktionsfähige Wasserwaage. Und zwar eine Wasserwaage, die in alle Richtungen funktioniert. Das heißt, ihr könnt sie zum normalen Arbeiten verwenden. Ihr könnt dementsprechend eure Regale einbauen, könnt dieses System als Wasser Waage verwenden oder ihr könnt das System verwenden, um Winkel an euren Wänden anzuzeichnen. Das ist sehr schön. Wir legen unser System auf. Wir sehen, der Laserstrahl wird an eine gewisse Position projiziert und wenn ich jetzt hier das Gerät neige oder bewege, verändern sich natürlich hier die Winkelzahlen. Wir schauen, wo der Laserstrahl anprojiziert wird, können dementsprechend einen Strich ziehen und können somit Winkel auch an der Wand anzeichnen. Eine weitere Funktion, die ich euch zeigen möchte, ist untypisch für Geräte in dieser Preisklasse. Deswegen freue ich mich, dass dieser auch hier dabei ist. Das ist die Flächenberechnung von Dreiecken. Wir klicken dieses Symbol einfach mal durch, bis wir das gefunden haben. Mit dieser Funktion können wir nun die Fläche eines Dreiecks ermitteln. Hierbei ist es allerdings sehr wichtig, darauf zu achten, welche Messkante wir auf dem Gerät eingestellt haben. Denn ihr müsst euch hundertprozentig an die Messkante halten. In meinem Fall habe ich die Messkante rechts unten eingestellt. Ihr müsst also darauf achten, wenn ihr diese Messkante gewählt habt, dass ihr auch immer von dieser Kante aus messt und nicht von einer anderen Kante. Wir testen das einfach mal aus. Ich gehe hier an ein Dreieck, nehmen wir einfach mal hier dieses Balken-Dreieck und wir ermitteln einfach mal die Fläche dieses Dreiecks. Hier gehen wir wie gewohnt vor. Wir legen das Gerät an die erste Ecke an. Wichtig, wir müssen die richtige Messecke verwenden. Und achtet darauf, dass euer Laser gerade auch wirklich die Ecke des Dreiecks wieder erwischt. Und wir ermitteln das erste Maß. Wir wiederholen das hier oben an der zweiten Ecke. Wir messen auch wieder von Ecke zu Ecke. Und nun messen wir noch den letzten Schenkel auch wieder von Ecke zu Ecke messen. Und somit haben wir die Fläche des Dreiecks ermittelt. Auch eine sehr interessante Funktion, die dieses Gerät mitbringt, ist die Funktion, dass wir von Dreiecken Schenkel errechnen können. Das heißt, wenn wir nur zwei Schenkel eines Dreiecks messen können zum Beispiel, können wir den dritten errechnen, indem wir mit Grad und mit den Längen der anderen Schenkel, sprich mit dem Satz des Pythagoras arbeiten. Aber das macht ja alles das Gerät für uns. Und hier haben wir verschiedene Möglichkeiten, uns diverse Schenkel auszumessen. Wir sehen immer, welche Messmethode wir nehmen müssen. Das heißt, welchen Weg wir messen müssen, um dann dementsprechend den Schenkel zu ermitteln. Ich suche einfach mal ein Programm aus und wir testen das einfach mal. Hier haben wir zum Beispiel ein sehr einfaches Programm. Hier muss ich zwei Schenkel messen. Diesen sowie diesen. Wir müssen darauf achten, dass der hintere Schenkel einen 90 Grad Winkel hat. Und somit können wir dann die Länge dieses Schenkels ermessen. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir nehmen also jetzt unser Messgerät, messen unseren ersten Schenkel, den ersten Schenkel und den ersten Winkelpunkten an. Ich habe hier in etwa 92 cm getroffen. Es war sehr wackelig. Mal schauen. Und jetzt gehen wir an den unteren Punkt. Wir messen jetzt noch mal gerade aufliegend. Das heißt, die Messung erfolgt in einem rechten Winkel zum Maßband. Und jetzt haben wir den Schenkel errechnet und wir kommen hier auch auf ca. 92 cm. Was also bedeutet, unsere Messung war erfolgreich. Da ich jetzt schon sehr lange mit Laser-Messgeräten arbeite, kann ich auch dieses Messgerät mal mit einigen anderen Messgeräten vergleichen. Ich habe hier noch zwei Messgeräte von einem deutschen Hersteller und zwar Bosch. Das eine wäre der PLR30C. Dieses Gerät hat ungefähr 30 Meter Reichweite. Und wir haben noch den PLR15. Das ist eigentlich nur ein reines Längen-Messgerät. Das ist das billigste Gerät. Allerdings ist dieses Gerät preislich vergleichbar mit meinem hier zu testenden Gerät. Und wir sehen, dass diese beiden Geräte deutlich geringeren Funktionsumfang haben. Wir haben hier zum Beispiel keinerlei Dreiecksberechnung. Bei diesem Gerät können wir auch keine größeren Flächen berechnen. Und wir versuchen einfach mal diese drei Geräte miteinander zu vergleichen, indem ich einfach mal einige Messtests damit durchführe. Beginnen wir einfach mal als erstes mit einem kleinen Reichweitentest. Ich habe hier eine Strecke, die ist circa 15 Meter entfernt von dem Gebäude da hinten. Wir wollen hier nicht genau auf Maß arbeiten. Wir wollen einfach mal schauen, wie weit unser Laser arbeiten kann. Wir haben als erstes den RZ-AS50. Dieses Messgerät ist für circa 100 Meter geeignet. Das heißt, wir müssten hier eigentlich keinerlei Probleme haben, ein Maß zu ermitteln. Wir probieren es einfach mal aus. Wir schalten das Gerät ein, richten es aus und messen eine Distanz. Wir ermitteln hier circa 14,928 Meter. Das heißt, 15 Meter sind mit diesem Gerät kein Problem. Als nächstes habe ich den PLR15. Das ist ein Laser von Bosch. Dieser sollte eigentlich auch bis 15 Meter funktionieren, da wir etwas unter 15 Meter sind, müsste er also auch noch funktionieren. Wir probieren ihn einfach aus. Wir schalten ihn ein, richten ihn auf das Ziel aus und testen. Hier haben wir kein Ergebnis. 15 Meter sind zu viel für den Laser. Auch 14,5 Meter sind nicht möglich mit dem Gerät. Wir wiederholen die Messung, indem wir noch näher an das Objekt drangehen. Circa 1 Meter oder 1,50 Meter. Auch hier haben wir kein Ergebnis. Wir gehen noch näher an das Objekt. Auch hier kein Ergebnis. Noch näher an das Objekt. Hier habe ich ein Ergebnis. Das heißt, hier konnte ich ca. 10,6 Meter ermitteln. Also dieses Gerät ist eigentlich mehr geeignet für Längen bis 10, vielleicht 12 Meter. 15 Meter sind mit diesem Gerät nicht möglich. Probieren wir als nächstes den PLR30C. Hier haben wir jetzt auch wieder dieselbe Strecke, ca. 15 Meter und wir messen mit diesem Gerät. Auch hier haben wir ein Ergebnis. 14,907. Also das Gerät funktioniert auch auf diese Distanz. So erhöhen wir die Distanz nochmal deutlich. Wir haben da hinten dieses kleine Objekt, dieses Häuschen. Das müsste so 25 bis 30 Meter von uns entfernt sein und wir prüfen hier mal, inwieweit unsere Lasermessgeräte hier mit dieser Entfernung klarkommen. Beginnen wir wieder mit dem PLR15. Der dürfte hier eigentlich nichts mehr ermitteln, da er nur 15 Meter weit geht. Und hier haben wir ein Error. Als nächstes nehmen wir den PLR30C. Dieser müsste eigentlich 30 Meter weit gehen. Also schauen wir, ob das funktioniert. Auch hier erhalte ich ein Error. Nun das Ganze mit dem RZ-AS50. Dieser ermittelt ein Maß von 27,115 Meter. Und zu guter Letzt noch mal eine Art Langstreckenmessung mit dem RZ-AS50. Auch hier habe ich jetzt ein Error. Der Fairness halber muss ich sagen, dass ich diese Geräte frei gehalten jetzt benutzt habe. Wenn man sie still hinlegt, gehen sie noch etwas weiter. Hier in diesem Fall zum Beispiel bei dem RZ-AS50 bin ich auf eine Distanz von 73 bis 74 Meter maximal gekommen. Allerdings habe ich die 100 Meter nicht erreicht. Kommen wir hier mal zu einem Test auf große Distanz. Ich habe hier mal ein Maßband gespannt. Und zwar über eine Länge von 11,60 Meter und 4 Millimeter. Schauen wir mal, wie genau unsere Laser jetzt hier arbeiten. Beginnen wir einfach mal mit dem PLR-15. Diesen schalten wir ein und machen eine Messung. Wir messen ca. 60,3, 60,5. Also ziemlich das Maß, was ich auch hier auf meinem Maßband habe. Nehmen wir den PLR-30C. Selbe Situation. Auch hier messen wir. Diese ermittelt 11,60,6. Also 11,60,6. Und zu guter Letzt unseren RZ-AS50. Den positionieren wir auch hier und messen mit diesem. Dieser misst 11,60,3 Millimeter. Das bedeutet also, dass alle drei Messmittel hier exakt dasselbe Maß ausgeben. Ein Millimeter hin oder her. Das kann auch eine Messungenauigkeit sein. Also hier diese Laser arbeiten auf ca. 10 bis 15 Meter sehr genau. Hier nun nochmal denselben Test auf kurze Distanz. Und zwar ca. 1 Meter. Jetzt erst wieder mit dem PLR-15. Dieser ermittelt exakt 1 Meter. Dann mit dem PLR-30. dieser ermittelt 0,999 Meter. Und jetzt nochmal mit dem RZ-AS50. Diese ermittelt 1,001 Meter. So und damit komme ich dann auch zum Ende meines Tests und der Vorstellung des RZ-AS50. Nochmal ein wichtiger Hinweis. Dieses Produkt wurde mir zum Testen und Ausprobieren vom Hersteller zur Verfügung gestellt. Link natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Hat euch das Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert einfach hier diesen Kanal. Denn abonnieren auf YouTube ist kostenlos. Oder schaut hier unten in den Anmerkungen vorbei. Oder besucht einen meiner weiteren Kanäle. Dort warten noch viele interessante Videos auf euch. Ich sage damit Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.